Ey Gang, kennt ihr das? Ihr liegt auf der Couch, ihr schläft ein und dann kommt einer von der Seite so und sagt Ey, ey, schläfst du gerade? Du bist ein Huhn Nein Bruder, ich hab versucht zu sterben, ich hab meine Augen zugemacht und wollte sterben gehen, Digga Was ist das für eine Frage? Das regt mich immer so auf Ja, okay, ich wollte das loswerden, aber locker kennt einer von euch auch so eine Situation Und damit war's geht, Maß geht, Banana Gang Ich hoffe, ihr seid nicht alle dehydriert, schnappt euch eine Flasche Wasser, denn heute wird es eskalieren Und wenn ich sage eskalieren, ja dann meine ich eskalieren Ich hab mir was richtig geiles ausgedacht Zusammen mit Wannabe entscheiden wir heute, wenn wir die Leute genockt haben, ob sie leben oder sterben müssen Und wie wir das machen, erklär ich euch jetzt Es gibt hier jetzt diesen neuen Emote, ne, Daumen nach oben und Daumen nach unten Und wenn wir einen jetzt genockt haben, müssen Wannabe und ich unabhängig voneinander entscheiden, ob er lebt oder stirbt Das heißt, wenn Wannabe Daumen nach oben macht und ich Daumen nach unten, dann sind wir uns nicht einig, also er muss sterben Wenn wir beide Daumen nach oben machen, dann darf er überleben und der Mate darf ihn holen Und das gleiche, wenn wir beide Daumen nach unten machen, dann muss er sterben Klingt logisch, oder? Ich kann eins verraten, es wurde richtig lustig und spannend Deswegen schaut euch das Video unbedingt bis zum Schluss an Und wenn du der besten Gang auf YouTube beitreten willst, dann abonnier den Kanal, aktivier die Glocke und like das Video Und es wird dir zu 100% besser gehen Vertrau mir Ach ja, und vergess nicht, meinen Creator-Code Braxis-YT im Itemshop einzugeben Für mich, für dich, für deine Lehrerin Was, Bruder? Für den AMG, für die Chicken Wings und so weiter Ich würde mich wirklich freuen Ich mach Daumen nach oben Ich aber nicht Du musst leider sterben jetzt Nein, wir leben beide Ne, warte mal, wenn einer hoch, einer runter macht, ist er tot, ne? Ja So, mein Besser Wir machen heute, oder wir beide entscheiden heute für 24 Stunden nicht, wer sterben darf und wer nicht Mit den Emotes Endlich Das wird eh nicht 24 Stunden sein Fällt der Tod um, wenn ich das Emote mache? Nein, wir nocken ihn und danach lassen wir ihn einfach Sein Schicksal Wo gehen wir eigentlich hin? Keine Ahnung, du bist doch rausgesprungen Lass mal lazy Lass mal lazy Perfekt Ich hab eine Waffe Hier ist jemand Da ist Ben Ich hab Ben, Bruder So, Bruder Komm runter Ja Auf drei Eins Zwei Drei Ah, scheiße Nein Eins Zwei Drei Hallo Ich hab keine Waffe Ich hab keine Waffe Ich komme wieder Wir waren doch lieb Wir waren doch lieb Ich sag mal so, ich glaub, die haben entschieden, ob wir lieben oder sterben Richtig Funktioniert noch nicht ganz 6 HP Was geht, Bruder? Aber der hat den Fall ist ein Backbling Nämlich die feurige Banane Oh Was geht, was geht, was geht, was geht Was läuft, was läuft, was läuft Einfach draufhauen Der will Lerga, okay, komm her, komm her Eigentlich sind wir doch ein Team Stimmt So, die letzte Runde hat nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben Ähm, ich würd dafür sagen, wir versuchen es jetzt in der Mitte Da landet einer Da oben landet einer Komm, Trick 17 Ich mach jetzt Trick 472.381 Schönen guten Tag Wo ist der hin? Oh Ich hör sie wieder Bitte sei nicht Bei mir Okay, ich hab einen Ich hab einen Warte Du musst jetzt auf drei machen, aber ehrlich sein Drei, zwei, eins, go Drei, zwei, eins Ja, warte Er darf Bei mir hab ich da auch nach oben Okay, er darf leben Lass mich leben, ihr Schweine Das ist der Das ist der Ich bin der König im Abhauen, Bruder Mann, ich hör den, ich hör den Er verfolgt dich Ja, nein, da ist er Oh Gott, da bist du was von tot Nein Still Was machst du da gerade? Deine Waffen sind alle leer, ne? Ey, du kleiner Was geht ab, du kleiner Deine Waffen sind alle leer Achso, scheiße Du bist so tot Hey Hey Warum? Hör doch auf Ich zieh nicht, was dir gerade abkriegt Scheiße 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 Er hat fast geschafft Das wäre nicht wütig geworden Mann Ich hab so eine Bunkerkiste, Bruder Geil Ich hab einfach die Ska Hat er nicht Was, Bruder? Du bist tot, oder? Nein Aber gleich Ich hab die goldene Ska Das ist wie geileres Ich bin doch hier noch auf dem Weg Ich bin doch in der Luft Er hat die goldene Ska Er holt mich Er holt mich Ich bin doch da Nein, er macht mich Komm Ich bin auf dem Weg Komm, er hat die Waffe Da ist er Er hat die Waffe Da, da Töte ihn Der ist laut Der ist laut Der ist laut Der ist laut Töte ihn Der andere hat meine goldene Ich darf keinen töten Wir müssen abstimmen Ja, töte ihn Das ist deine Regel Ich darf keinen töten Ich kann aber Du musst abstimmen Stimm ab Du bist alleine Nein, ich will dich wieder Dann werden wir gemeinsam abstimmen Er hat eine goldene Ska Töte ihn Oh, die sind beide tot Ja, aber ich hab nicht abgestimmt Und ich hab sie nicht umgebracht Meine Ska Ich mach alles für die Ska Ist mir scheißegal Alles für die Ska Da ist sie Da oben ist einer Ja Der ist weiß, der ist weiß, der ist weiß Der hat umso Gemüse Und ein Stück Obst Gurke, Paprika, Karotte Und ein Stück Gemüse Der ist hier Guck mal, der Arme Komm mal her, komm mal her Komm mal her Ach, zu spät So Schade Der hatte richtig Angst Wir entscheiden jetzt Ich sage Warte, ich komme nochmal neu rein Okay, okay Hallo Wir sagen Er Er darf Leben Okay, nicht erhaben Ey Fahr nicht ins Haus hier rein Du spinnst ja wohl Hast du den jetzt geworfen? Ja, ja Boom Boom Boah, er hat die Folge geschwürt Wo ist der? Oh mein Gott Komm rein Rein, rein, rein Mach zu, mach zu, mach zu So Geh mal an deinen Arbeitsplatz hier So Da ist dein Tisch hier Okay, komm Wir entscheiden jetzt Das ist das richtige Boss-Tisch Setz dich da drauf Nein, er geht's nur noch auf und ab Ja, ich muss so drauf Er darf Komm Ich darf Er darf Ich sag das Sagst du? Ich auch Ey, er darf leben Okay Dann bringen wir ihn zu seinem Mate Nimm Der kommt schon Lass ihn liegen Ja, ja Der hat die Kugel in der Hand Nein, nicht töten, nicht töten, nicht töten Ich schieße gar nicht auf den Das ist ein anderer Ich bin das nicht Hallo Hör auf Hör doch auf Lass es Sonst entscheide ich auch über dein Leben Hör auf Hör auf Kommt was Neben mir Zwei Stück Das ist genockt Der ist auch weg Okay, über wen entscheiden wir zuerst Der mit denen, der schneller stirbt Okay, der hier vorne Der hier? 3, 2, 1 Sterben Leben Leben hab ich Der darf leben Der andere da hinten Aber hier ist noch einer im Haus drin Egal, scheiß drauf Scheiß auf den Das ist grad echt überfordern Ey, das ist ein cooler Skin Darf er leben Ich sag ja Ich sag nein Dann ist der tot Nur weil ich Munition brauch Ich hab einen 104 So ein Ben So ein Ben Das weiß Nochmal weiß Noch mal weiß Und noch 10 Schuss, Dicker Schießt du da Irgendwas schießt ihr wieder Von hinten auch Ey, was geht hier ab? Bruder, wir müssen gleich entscheiden Hör auf Ich blick gar nichts mehr durch Wer ist mein Feind? Wer ist mein Freund? Ich verstehe nicht, wie man mit dieser Banane spielen kann Ich muss dich töten leider Ich brauch deine Munition Tut mir leid, tut mir wirklich leid Sorry Leute Das ist Ben Ja, jetzt musst du nachladen Er ist hier weiß Er ist weiß Der kriegt grad Schüsse Der ist hinter dir jetzt Ich seh nix Du bist der Heftigste hinter dir Nimm mich einfach und lauf weg Er erzählt das einfach Ich kann nicht Ich seh nichts Was macht der da? Was machen Sachen? Ich seh den gar nicht Hast du den Schuss gesehen? Ich seh nicht mal, dass er ein Gegner ist Ich auch nicht, aber auf Lack Hoffnung Noll Du bist genockt worden Komm mit Entscheide, entscheide schnell, entscheide schnell Der darf? Ja Der darf Oh Gott Leben Ja Was mit dem hier? Das er meint, das er meint Das er meint Warte, lass den letzten Lass den letzten Lass den letzten Hier Ja, okay Nimm Die dürfen ja leben, nimm Achso Dann werf ich ihn zurück Löff zurück Ja, ist doch okay Hallo, reicht, reicht Nimm, nimm Komm runter Ich geh ich jetzt Ich geh mit der Nimm Ich fährt ein Auto Komm runter Ich hab abgeschützt Der stützt ab, der stützt ab Du ehrenlose Der ist nicht genockt Der ist genockt Vor mir Hey Brutus Ist aber noch einer Der ist auch noch ein Auto hinter uns gewählt Der ist im Busch Was machen wir denn jetzt? Ja warte, ich muss den doch knocken Da hinten Vielleicht ist das ein Mate Ja Was ist mit dem da oben? Darf der die Skybase weiter oder nicht? Ist einer safe im Busch drin? Da ist doch einer mit dem Auto gekommen Der ist hinter uns Ich sag's die ganze Zeit Wow Ja der ist super, der ist auch tot Warte kurz Ich muss trinken Das war die Skybase, die lebt doch noch Ja die Skybase lebt doch Ich hab einen genockt Wer die Skybase? Ja Drei Drei Eins Ich kann einfach nicht Digger, sorry Aber Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann aber auch Ich auch nicht Ciao Bruder Deine Skybase ist hier Ciao Deine Arme Guck mal Guck mal Der springt von selber Die kommen Die kommen hierher Die kommen hierher Der überlebt das Ja die haben diese Pistolen Hä? Der haut ab einfach Ja wir haben ihn genockt Wir haben ihn genockt Oder? Drei Zwei Eins Oh Gott Bruder ich war auf eine Mission Sorry Das ist schon wieder Officer Waffel Das sind die von eben Du musst die neben lassen Oder wollen wir neu abstimmen Sind das die von eben? Das sind die von eben Ja auch für das Waffel Ja ok dann lass ihn Lass ihn Lass ihn Die dürfen leben Ja ok dann hol ihn Lass es abhauen Aber dann müssen wir denen ja auch rein theoretisch den epischen Sieb schenken Ja das sind Schwitzer ne Attacke Okay das war vielleicht Nein das war keine gute Idee Jo da kommt noch einer Wie viele sind das? Ja das ist gar Ja ich hau ab bis hin Wo ist der? Komm her Junge Der lag so hardcore Ich muss kurz Militrinken Bruder Helf mir Helf mir Ich hab keine Mets Jo von wo kommt der denn auf einmal her? Jo wahrscheinlich Ach schade Hat Spaß gemacht Doch Gott ist ja Nummer WIND UNTERTITELUNG Bis zum nächsten Mal.